Schlimme Bilder sind das aus den USA, ein schlimmer Rassismus und ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan Gesinnung wie einen Keil in die amerikanische Gesellschaft treibt. Ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan Gesinnung. You got up those stairs better than I did. I'll start with me. My name is Donald Johnson. Ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan Gesinnung. Ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan Gesinnung. No, I'm not standing in that spot. I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here. Ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan Gesinnung. I have no doubt you will. Each of you has come to Washington for the Black Leadership Summit. USA! USA! USA!